Wir, die AKF League Karlsruhe, sind ein studentischer Verein, der sich der Forschung und Entwicklung im Bereich Luftfahrt verschrieben hat. Aus dieser Forschung leiten wir verschiedene Bauprojekte ab, die wir selbstständig von der Grundidee planen, fertigen und als Prototyp zulassen. Drei unserer Prototypen werden auch noch aktiv geflogen, einer hängt im Deutschen Museum und der fünfte wird gerade gebaut. Seit einigen Jahren beschäftigen wir uns mit dem Projekt AKX, der Entwicklung eines neuartigen Nurflügel-Segelflugzeugs, das durch hohe Flugleistung überzeugen und gleichzeitig gutmütige und handhabbare Flugeigenschaften aufweisen soll. Die Entscheidung für dieses Projekt wurde getroffen, da konventionelle Flugzeugentwürfe in den letzten Jahrzehnten schon ausgiebig von Segelflugzeugherstellern und anderen AKF League erforscht und iterativ verbessert worden sind. Eine große Leistungssteigerung ist deshalb nur mit einem radikal anderen Konzept wie bei der AKX möglich. Dabei treten aber auch viele Herausforderungen auf, die wir eigenständig lösen müssen, was eine sehr spannende Beschäftigung neben dem Studium ist. Neben diesem Hauptprojekt verfolgen wir auch noch viele andere Projekte, zum Beispiel elektrotechnischer und mechatronischer Art oder das Twin-Projekt, bei dem wir zwei kaputte Flugzeuge gekauft haben und diese jetzt wieder in die Luft bringen. Außerdem stecken wir hauptsächlich im Winter viel Zeit in die Wartung unseres Flugzeugparks. Bei uns sind alle Studierenden willkommen, die sich für das Thema Luftfahrt begeistern und etwas Neues dazulernen wollen. Das Wissen, um an unseren Projekten mitzuarbeiten, wird dabei von erfahrenen Mitgliedern oder Alumni vermittelt. Vorkenntnisse braucht ihr also keine. Im Gegenteil, bei uns könnt ihr euer theoretisches Wissen aus der Uni erweitern oder praktische Kenntnisse, zum Beispiel im Bereich der Metall- oder Wasserverbundverarbeitung dazugewinnen. Am Wochenende fahren wir dann von unserer Werkstatt aus auf den Flugplatz nach Rheinstetten, um unsere selbstgebauten Flugzeuge oder aber auch andere moderne Hochleistungssegeflugzeuge zu fliegen. Unsere Mitglieder haben bei uns die Möglichkeit, kostengünstig ihre Sägefluglizenz zu machen oder bereits bestehende Lizenzen durch Lehrgänge zu erweitern. Außerdem fahren wir mehrmals im Jahr auf Fluglager. So kann man auch mal andere Orte, Vereine und Piloten kennenlernen. Neben dem Fliegen und dem Arbeiten ist aber auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, einfach Zeit zusammen zu verbringen. Deswegen kochen wir ganz oft in der Werkstatt zusammen, trinken auch mal ein Bier oder unternehmen einfach zusammen Freizeitaktivitäten. Wir haben dein Interesse geweckt, dann komm doch einfach vorbei zu unserer donnerstäglichen Donnerstagsversammlung, 20 Uhr am Campus West, Gebäude 632. Wir freuen uns auf dich!